Minuten überlegen eins war das da vorne das andere es kommt schon ein der tut dummer der wie lange ich noch um ja natürlich jetzt kommt es ist schon so komisch gut jetzt kommen man du dummer moment Carla halt die klappe wenn ich sag ich komme dann komme ich auch gleich warte einfach und ich komme halt dann wenn es mir passt doch ich bin jetzt rückt jetzt ein bisschen scheiße gebaut ja mein gott ja du bist toll ja du bist cool du brauchst nicht nur weil du dumm programmiert bist du nicht richtig funktioniert brauchst du nicht denken ist cool aber was dem juckt es eh kein schwein zu coolen ich werde immer von nicht gesagt von nichts von nichts es kommt schon ich muss noch Wettsteins und spreche ich dann zu wieder ich habe und schon ganz schön geh halt hin du Depp komm schon man ja jetzt habe ich es geschafft was ich vorhatte das kann ich noch mal rein häckseln richtig so die getroffen mit gar nicht kaffee zu haben dort im stil für diese musik und 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 Fakt schon wieder getroffen dann wird es gar kein Schaden die Rettung von Sieg, Ziel erreicht Schengauhren tot Wie krank Wupp Episch Der kleine Hunter Und das große Monster Yeah man Yeah Und ich dachte schon Ich muss dieses Video Jetzt irgendwann nochmal machen Weil heute Abend Hätte ich keinen Bock mehr gehabt Schengauhren tot Was sagt ihr dazu Nein Das wollte ich ja nicht Aber yo Wie oft man das aufschneiden kann Und Schengauhren geblättet Von Meister Axerion Yo, 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 man Zieht euch dieses fette Viech rein und diesen kleinen Hunter Und diese fetten Arme, die hier in den Boden reinstechen Und reintreten, bam Und reinhauen Und natürlich prallt man mit dem Fuß nicht ab Und es geht gerade durch und mit dem Schwert prallt man ab Ja, aber hier sieht man nochmal Nein, hier genau, hier ist die erfüllliche Stelle Yo, 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 yo Oh, fuck, fuck, fuck Noch aufrichten Yo Was bekommen wir? Welch episches Endbild Moment, ich mach schnell einen Screenshot Zum Beweis, dass man den hier im Dorf gekillt hat Mit diesem Rotze Wir bekommen ne Klaue, ne Zange, Zange, Empfehlung Ne Lohsiang Panzer Ne Lohsiang Horn What the fuck, hab ich denn das Teil etwa zerschmettert? Garung, Rückgrat, Rückgrat, Rückgrat Panzer, Panzer Und nochmal Panzer Yo Krisenlage wäre beendet Dumm, 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 dumm Übrigens hab ich das jetzt rausgefunden, glaub ich, mit dem Ohrstöpsel Das liegt nämlich daran Ähm, dass ich beste Ohrstöpsel sonst hab, glaub ich Oder Nein, oder hat mein Bestes auch schon was mit 20 Nicht mit 20 Jahren, nein Aber Jetzt können wir schauen, was im Dorf passiert ist Dumm, 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 dumm Gehen wir einmal zum Dorchschiff Beide wollen mitzureden, sogar die Nikotkatze Und jetzt Yo, yo, yo Ältesten dank gehalten Und Nikotkatze Hm, du bist also ein Jäger aus dem Dorf Ho, ho, wie ich sehe, bist du die ganz schön weiterentwickelt Bla, 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 bla Und jetzt können wir sie starten Hypnokkatri Hypnokatrise Heißt dieses Fiech in Monster on Freemianite Eigentlich hieß es Hypnok in Monster on Portable Sekundotchi Und Yo Auf das wird auf uns warten Auch sehr Feueranfälliges Monster Und Haut rein Schaut Warklus Abonnieren Und kommentieren Und Ciao Ciao